Die Pflaster-Fachtagung im November 2018 stand unter dem Titel Technik und Recht. In den Themenblöcken der beiden Seminartage haben wir immer wieder die Frage behandelt, wie lässt sich Handwerk, Technik und Recht vereinen. Geht es auch Ihnen darum, Ihr Business up to date zu halten und Ihrem Kunden wirklich individuelle Lösungen, die langfristig funktionieren, zu präsentieren, freuen wir uns schon, Sie bei einer unserer nächsten Pflaster-Fachtagungen begrüßen zu dürfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017